Ja, die Pose geht weg. Guck, hier ist wieder was und das ist ein guter Fisch. Ein guter Fisch. Ja, ist doch nicht ganz so groß, aber... Schöner Aal. Und wieder ist es der Tauwurm. Also im Zweifel würde ich denn doch lieber auf den guten alten Tauwurm setzen, aber ist natürlich ein vorläufiges Ergebnis. Aber der hat mal wieder geliefert. Wir bleiben weiter am Ball. Moment, Hering. Bevor du die Garnelen jetzt isst, ne? Jetzt tauschen wir mal die Köder, ne? Jetzt mache ich doch mal Wurm und du kriegst Garnelen. Mal gucken, woran es gelegen hat. Also das gibt es doch wohl nicht. Jetzt habe ich 3 zu 0, ich glaube es nicht. Naja, ich probiere jetzt mal. Wir wechseln das und dann gucken wir mal.